hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die machen ticket und heute haben wir das spiel ich jetzt mal starte ich hab's gerade schon heruntergeladen und ja laden 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 ich hatte eigentlich einen angefangenen account schon ich habe den nicht gefunden doch er ist doch der angefangene aber sind meine ganzen gebäude ich war doch viel weiter muss man das verstehen nee oder egal ein wohngebäude bauen wohngebäude bauen platzieren bestätigen herzen fertig jetzt müssen wir den hier bauen so ein brunn ja ich kann nur einen werkstatt bauen so ein so ein so ein so ein Ja, was mache ich denn jetzt? Eins von zwei Werkstätten bauen. Ah, so geht das weg. Forschung. Ah, jetzt kriege ich eins bis vier. Gut. Also, zurück. Gehen wir wieder da rauf, da ist es doch. Wie lange dauert das? Fünf Sekunden. Super. Super. Und jetzt mehr Vorräte. Eine Wasserfläche. Das dauert fünf Minuten. Ah, okay. Es reicht, wenn man das anfängt. Die Stadt wechseln. Vier Wohngebäude. Okay. Dafür brauchen wir erstmal einen Weg. Weg, 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 weg. Ah. Okay. Das bestätigen. und ich möchte jedes Haus einmal umrahmen umrahmen oder oh ich weiß gar nicht, ob ich so viel Platz dann habe ich sehe gerade, dass er ist abgegrenzt na gut dann machen wir es vielleicht nicht dann bauen wir jetzt ein Wohngebäude da und wir bauen noch ein Wohngebäude sieht das Wohngebäude anders aus wie die oder ist das gar keins gute Frage, nächste Frage steuern einfach mal ah warte ich muss vier solche Flaschen produzieren steuern steuern das ist schon ein schickeres Haus das ist schon ein schickeres Haus jawohl steuern eingetrieben und noch eine Werkstatt ist kein Problem können wir erst noch eine Straße für bauen platzieren platzieren fertig kommt da jetzt die andere Werkstatt hin schön wohnen ausbauen so wenn wir die fertig haben dann haben wir ja das hier so oh jetzt brauchen wir noch ein Haus wir sind in der Welt Forschung Musik das ist doch Wissen oder nicht nein, das war kein Wissen Verhandel mit zwei Provinzen Ok und wie kommt man da hin ich muss mit zwei Provinzen handeln bestimmt das hier erkunden was sie was sie heute wie hier hier nicht es hier ich leise die 2 Ja. Ja. Kann man kämpfen oder verhandeln. Das bezahlt man dafür. Naja. Gehen wir mal zurück. Steuernummer eintreiben. Hauptgebäude ausbauen. Das ist doch das Hauptgebäude. Und noch so eine Lampe. Und ich brauche die Lampe. Wo ist die Lampe? Da ist sie. Platzieren. Okay. Die Lampe war hier da. Am Kreuz war nicht an der Straße. Schade. Sorry, sorry. Na gut. Noch warten, bis die hier fertig sind. Noch ein paar Sekunden. Das dauert sehr lange, das Spiel. Und noch einer. Zack. Zack. Und fertig ist er. Jetzt möchte er Wissenspunkte haben. Wissenspunkte. Wissenspunkte. Gibt vier Wissenspunkte aus. Ach, das geht doch schnell. Ausgeben. Forschen. Vier Stück. Wir machen hier eins. Hier eins. Hier eins. Und da eins. Vorräte. Wie bekommt man Vorräte? Also hier kann man ja nur. Ach da. Eine Stunde. Mama mia. Wie viel will da? 100? Wie viel ist denn einer? Na gut. Ich müsste jetzt eine Stunde warten. Dann habe ich dreimal Vorräte gebaut. Ich denke mal, ihr wollt euch das so lange nicht anschauen. Aber ich sag mal, ich möchte mir das auch nicht so lange anschauen. Das dauert noch sechs Minuten. Das können wir ja mal beschleunigen hier. Zack. Oh, sieht schon viel schöner aus. Kurz vor dem ersten Durchbruch. Verhandeln mit drei Provinzen. Hm. Ah, nicht da. Welt. Verhandeln. Verhandeln. Und verhandeln. Und verhandeln. Gehe ich mal wieder bei Forschung rein. Ich soll die Kaserne freischalten. Hier ist so eine Kaserne. Ich brauche jetzt noch 4. Mist. Wenn 2000, das hätte ich noch. Das habe ich nicht mehr. 1, 2. Oh, wird immer teurer. 90. Bäm. Haben wir. Jetzt habe ich noch 2. Diamanten. Oh, jetzt wird er wieder Wasser haben. Achja. Ich kann leider jetzt kein Wasser produzieren. Da ich bin gerade dabei Pro zu produzieren. Dreimal. Deswegen hänge ich jetzt gerade hier 1 Stunde fest. Und würde mal sagen, das war es dann für heute. Eine kleine schnelle Runde. Ähm. Elfenah war das. Genau. Ich musste mir das Spiel runterladen. Das war 200 Megabyte groß. Und dann nochmal ein Update. Das war auch nur 200 Megabyte groß. Naja. Egal. Ja. Das war das Spiel Elfenahe. Ich hole mir jetzt mein Ticket ab. Und sage schon mal Dankeschön für das Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.